Hallo und Willkommen zurück zu MineCraft und wir sind da wo wir letzte Folge stehen geblieben sind und zwar in der kleinen Höhle. Es ist immer noch dunkel, nein nicht Höhle sondern der kleine Tempel. Es ist stockduster, wir wollen mal gleich zu Werke gehen und mal gucken was wir hier so kriegen. Ich hoffe nicht auf die Fresse. Jetzt müssen wir erstmal hier runter kommen. So, die Platte weg ist immer sehr wichtig, weil wie jeder weiß darunter ist TNT. Ich finde das sieht bei dem Texturenpaket auch recht cool aus, hier sind richtig schön mit Dynamitstangen drin. Finde ich nett. So, was habt ihr? Oh, sind ja alles drin. Rüstung, nun geben wir die Eisende Rüstung mit. Boah, wie voll sind denn die Kisten hier? Ein Goldapfel, cool. Das kann ich nicht so ganz gebrauchen. Noch mal Eisen. Knochen. Und hier ist ein Sattel. Noch mehr Knochen. Ich habe Eisen vergessen. Gut, jetzt müssen wir nur wieder rauskommen. TTT, brauche ich gerade nicht. Na ja, hat sich doch einigermaßen gelohnt. Oh, ich habe da einen TTT liegen lassen. Schade aber auch. So, komme ich jetzt auch so hier wieder raus. Möchte ich hier überhaupt wieder raus, wenn ich das schon wieder höre? Ihr kriegt mich niemals. Oh. Na herzlichen Glückwunsch mit Goldrüstung. Okay, ich bin dafür. Wir gehen zurück. Essen. Man hat aber auch Hunger hier in dem Modus. Spinne, Spinne, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ja, ich gehe ja schon. Alter. Ja. Ja, ich bin doch schon weg. Meine Güte. Müssen wir nicht mal folgen. Das ist halt so hell. Das ist vielleicht doch nicht. Ist das Lava? Fragte er, guckte und fiel in die Lava. Ja, da ist Lava. Ach du meine Güte. Ja, 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 ja. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Alter. Hilfe. Hilfe. Ich muss weg hier. Ich muss weg hier. So, einen wollte ich mitnehmen. Einen wollte ich töten. So. Hallo, Hansi. So, gleich sind wir wieder im grünen Gebiet, sag ich mal. Ich bin bestimmt sicherer. Alter, guckt euch das mal an. Hier, Skelette und ein... Super. Und die sind auch noch im Auro-Shit. Und ich muss gleich was essen, sonst kann ich nicht mehr rennen. Jo. Ich schweige den Recken, wenn mich was anfällt. Los geht's. Oh Gott. Au. Jo, ein Skelett und drei Spinnen. Alter. Nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Bitte kein Skelett, was mir die ganze Zeit im Wasser abschießen. Das wäre fatal. Blup. 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 So. Oh, ich will wieder nach Hause. Da hitzen. Ist es doch. Oh Gott. Wuh. Ich, ich, ich. Ich hab grad den Wasser tropfen gehört, das war ich. Ich weiß, wer's Spiel kennt. Ach du Scheiße. Zwei Creeper. Ach du meine Güte. Okay. Äh. Äh. Ja. Von wo aus sehen die mich denn alles? Oh, shit. Ja, da links ist gerade auch mal direkt einfach einer gespawnt. Zwei Creeper. Werde ich die denn jetzt los? Boah, nicht ins Haus, nicht ins Haus. Na gut, reinkommen können sie nicht. Mal eine Sache. So, die Kartoffeln, die packe ich einfach mal gleich in den Ofen. Weißen hin. Oh, hier ist das Fleisch hin. Mit der Bartdokung der TNT rein. So. Kann ich jetzt schlafen? Dankeschön. Alter Kaffee. Oh, ganz toll. Ich habe hier noch ein Stück. Stinkst du mir jetzt? Na, sterb ihr jetzt? Na, 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 das habt ihr davon. Ha, ha, ha. Moment, die Creeper stellen aber nicht. Da ist einer. Oh, na, na, la, 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 la. Puh, he, 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 he. Ha, 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 ha! Ihr könnt sehr bald schon feilen Bogen gebrauchen. Höh! Puhh! Ich dachte ja, das ist der Held, der hat damit inzwischen aufgehört. Auf einmal kommt doch von hinten einer. Alter! Na komm. Na komm! Ich mach das jetzt nur zu, weil wenn ich hier reinfalle, bei einer Flucht oder so, dann sterbe ich mir gleich, weil ich dann nicht hier verzwiebel. Geredet kann ich ja so genau die Linie ranmachen, dann kann ich da die Kartoffeln ranmachen. Wunderbar, sehr gut umgekehrt, muss ich auch rumtrampeln, aber was soll's? Karotten, das wollte ich ranhaben. So, sehr schön, wachsend. Wollen wir mal kurz zu den Schweinchen gehen? Paaret euch! Hier mit Mama und Papa musst du dich nicht unbedingt paaren. Und einmal Muku, Muku, Muku. Sehr schön. Haben wir das schon mal erledigt? So, sind wir noch nicht weitergekommen. Ich glaube, da war auf dem Weg eine Höhle, ne? Wollen wir drauf vorbereiten vielleicht. Wieder viel zu viel Müll mitgenommen. Gutes Essen lassen wir einfach mal alles mit. Knochen lassen wir nochmal hier. Was haben wir? Spielzeichen haben wir auch zwei, ich brauche noch mal Wasser. Und Holz mitnehmen. Noch mal irgendwo Holz besorgen, da vorne und dann... Ich bin hier mitnehmen ein bisschen. Bin hier frei der Fälle. Hallo Schweine! Hier wächst auch mal wieder nichts. Aber da vorne haben wir natürlich erstmal einen großen Haufen. Wir brauchen halt viele, viele Materialien, das nervt mich auch tierisch. Hier auch nicht. Okay, auch nett. Ja. Ich glaube, ich habe es mal wieder vergessen. Aber was ist hier? Okay, das ist irgendwo... Eine Art Tümpel. Hier ist auch nichts weiter. Ne. Hier. Hier. So ein kleiner unterirdischer Gang. Na toll! Gehen wir nochmal hier so. Ich weiß. Oh, jetzt geht der da schon wieder hin. Dann hat mich mal ein heiles Schwert mitgenommen. Na ja, ein bisschen Risiko, was wir dabei haben, ne? Ich weiß nicht, was wir da brauchen. Neeeee. Äh... Hallo? Wo war denn jetzt noch diese verdammte Hülle? Ich bin so tot. Okay, dann geh mir in eine höhere Hülle. Hier? Oh, da geht es aber ganz schön runter hier, ne? Bleib hier weit weg. Jetzt hat die Hacke kaputt. Bin auch nicht dafür, einen Superofen zu bauen, weil mir dann die Erfahrungspunkte erflöten gehen. Durch diesen Superofen kriegt man ja keine Erfahrungspunkte. Das ist ein bisschen nervig. So kriegt man jetzt noch die Erfahrungspunkte aus dem Öfen raus. Oh. Gehen die nicht weiter? Ich höre doch irgendwas. Ich höre irgendwo, Zombies. Untote gebuchten Gestalten. Oh, immer näher kommend. Bleib. Okay, jetzt ist er aber ganz nah. Autsch. Geht auch nicht. Hm, hm, hm. So. So, bevor es jetzt wieder leiser wird. Wofür eine Höhle, verdammt. Skelett. Skelett. Dann auch. Können wieder fatal sein. Der da oben heißen ist. Huh. Ne, das war echt. Upsi. Wo seid ihr? Ey, das ist normal. Bossen kriege ich hier reichlich aber. Wo ist kommt denn her? Ich bin verwirrt. Okay. Hallo, wo seid ihr? Ich will spielen. Ich weiß nicht. Da? Das ist Kies. Nicht so gut. Kies kommt immer noch. Ich will jetzt wissen, wo die sind. Oh. Da oben. Hallo. Hallo. Hier sind sie selber nicht. Ah, da unten. Ah, alles klar. Hey. Ist selber schuld. Von der Pfeil fliegen hören. Ja. Ach, da oben. Wo. Und sieg. Sieg und Sieg. Oh. Nicht ich. Wo, 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 wo. Wo, wo. Wo, wo, wo. Drei ersten Meter. Warum sind die so total stark? Ey, Maus, nicht ausrasten. Ja, warum sind die denn so stark, ey? Ich nehme den Lava Fluss an den Stoppen. Bevor ich da rein plümpse. So. Mal gucken, was hier noch zu finden. Hier ist nicht mehr. Warum habe ich nicht meine... Ich hätte eine Dia-Spitzhacke machen müssen für Obsidian. Aber ich wollte erst mal mehr Dia haben. Kohlemangel auf jeden Fall nicht. Ich komme wieder raus. Lass mich raus. Das ist ja mal gar nicht gelohnt. Das Eisen, ich weiß. Ist schon da auf jetzt. Beep. Beep Beep. Sehr gut. Na toll. Der Kassel. Super. Kann mir auch nichts von kaufen. Oh, oh. Hier, Enderman. Uiuiuiuiuiui. Wo gehst du auch noch weiter? Attack. Hm. Und da. Eine Zombie? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Gefällt mir nicht. Ja, da war Eisen. Oh, hier kann ich runterfallen, aber was da unten auf mich wartet, das ist nicht so toll. In jedem Fall gibt es hier wieder Kohle und Masse. Ich bin mir echt unschlüssig. Ich würde sagen, das entscheiden wir zur nächsten Folge, ich hoffe die Folge hat euch gefallen, auch wenn es vielleicht ein bisschen kürzer war, ich habe schon wieder einen Pfeil im Hals. Lasst gerne in Bewertung und Daumen und ich sage bis zum nächsten Mal, tschau tschau.